Gören Sie Ihrem Auto die Pflege, die es verdient. Mit diesem Handschuh von InFactory ist das ab sofort kein Problem mehr. Besonders praktisch sind die zwei Beschichtungen. Auf der einen Seite befindet sich Scheuergewebe, auf der anderen saugfähiges Mikrofasergewebe. Das robuste Scheuergewebe entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen zuverlässig und ohne Kratzer im Lack zu hinterlassen. Die Mikrofaserseite eignet sich für die sanfte, normale Wäsche des Wagens. Natürlich eignet sich der Waschhandschuh nicht nur zur Wagenwäsche. Auch beim Reinigen von Arbeitsplatten, Spiegeln, Fliesen und vielem mehr leistet er gute Dienste. Liegt gut in der Hand und bekommt alles sauber. Der Waschhandschuh von InFactory ist ein echter Helfer im Haushalt. Den werden Sie nicht mehr missen wollen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020